denn 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 dann komm danke huiui gleich mein teil geschafft den rest mal hier offline das dauert mir jetzt mache ich nichts interessantes mehr ja bis dahin reicht gleich erstmal ja dann gehe ich mir erst mal zucker rauch holen einmal also einmal teppich machen so machen wir kurz das fenster zu mir ist frisch ja heul doch was für eine mimose was mache ich denn da hier habe ich bei mir eine feder habe ich ein spring habe ich netherrack habe ich nether brick habt ihr zufällig guck mal in der obersten kiste die hinten die dahinter sind da könnte noch was drin sein oder ich habe was im beutel ich habe achte beutel die haben kann man auch netherrack fertig machen ne ich habe acht netherrack also ein brick oder also bricks diese stone bricks oder was ein brick oder ein einzelnen ein einzelnen brick brauch ich du musst dir den weisen nicht auseinander nehmen oder brennen brennen ja brennen mache ich schon anders habe ich nämlich nicht so die fläche glaube ich die sollte erstmal für den anfang reichen jetzt haben wir noch bienen hier wie kann die habe ich da da ist die rune die behalte ich noch da drin schau mal hier noch schnell ähm okay gunpowder einmal noch ähm da jetzt bin ich noch schnell eine barrel ich mach an der noch mal einen barrel barrel komm ich bin mal schnell nach wutz weg das andere kann dann in ruhe brennen gleich locks haben wir noch sauber lock einen davon ach ne scheiß chest brauchen wir noch dann machen wir uns mal okay barrel haben wir die zack alle drin hab ich die coalstone pipes netherbrook daraus nur hoffen das sollte reichen ja ähm eine netherwarze drei ingots und einmal gunpowder so das okay das ist aktiv einmal darauf und dann lade ich auf auf das einmal umleiten da rein soll doch mal erst den barrel füllen scheiß leitung leer machen das ding ist so voll hier geil achja ich brauche ja noch living walk naja stritt first living walk wie voll ist das denn voll wie voll ist das denn voll einmal living walk auf einmal anklicken und meine feuer wound habe ich soo eins zwei drei davon ach ja einmal die schere die ich noch hab die war mein gott der slut spoiler ne der eine ist schon die eine reihe ist schon wieder fast voll okay ok das wird nicht weniger das wird nicht weniger das wird nicht weniger was kommt denn noch mal aus wababoot raus ach junglewood ne den mag ich nicht ja junglewood junglewood ist baaah ok zwei blöcke fuck ne applied energetic applied energetic achso diesen metroid kompass ne den hat glaube ich Lenny schon den geworbt ja doch glaube ich bei sich Lenny da ist er doch beim da schauen da soo glaube ich ja ich hab gute spitzhacken mit soo strings ehrlich jetzt ich bin zwei strings so ich sollte mal irgendwo ein portal entschießen damit ich schnell wieder zurückkomme dann solltest du ja ja ist angekommen warte komm was ist so leicht mhm danke Enderman dass ich wieder in eine Richtung gekommen bin wo ich nicht wusste wohin damit ja die flaschen fallen schon wieder raus auch nicht ernsthaft oder doch ah alter das ding ist doch schon wieder voll das gibts doch nicht ich komm zurück naja hab ich auch hoffenweise bei mir ja warum ist das ding schon wieder voll na gut der Rest fällt jetzt raus ok obwohl wir produzieren zu viel momentan kann man die nicht erstmal in Kisten leiten lassen hab ich doch grad schon ne barrel ja barrel die ist doch schon wieder voll oder nicht ja ein 64er barrel ja naja soll erstmal wieder machen soo da hab ich das portal hingeschossen lol so blöd so blöd soll ich dir mal ein paar brudania pflanzen einfach mitbringen by the way jaja ich mach einfach ein paar mit soo ähm ja da kann man Carpenter rauf da kann man noch ganz viele Tiere mitnehmen eine Feder und ein Screen dann föhnen lassen woosh das ist echt zu geil aus wenn der Kompass sich dauerhaft dreht da muss das Ding unter mir sein ne keine Ahnung frag mich nicht ok ich hab da keine Ahnung von ja ich kann ja mit drauf jetzt das geile ist wenn die Rune voll ist dann entstehen Blitze geil komm Alter einmal rauf damit boah zu spät fuck rauf damit und bam dann luft mana runde kann ich grad nicht erstellen weil ich das nicht hab dafür soo ein Knochenmehl rauf ich weiß nicht wie das Zeug aussieht bei Engels was weiß ich wo ich genau nachsuchen soll das ist ne komisch gesprenkelter Block also du siehst einen nicht man sieht's wenn das ne Meteorit ist ja aber der Kompass rastet genau aus wo ich jetzt grad runter buddel ok ja noch Angel Zuckerrohr Ach Zuckerrohr ok die nächste Rune ist dann auch gleich fertig vielleicht checkt er das auch nicht mal schauen hier auf ihn wollte irgendwo sein soo dann mal rauf damit die nächsten Runde fertig 1 2 3 Kompass du verwirrst mich ganz ehrlich warte mal ähm naja jetzt äh darf ja ich kann ja schon mal drüber spielen lassen das ist ja kein Problem muss ich nämlich 4 7 bisschen verwirrend ja soo dann brauch ich nochmal 1 Block hab ich auch schon mal 3 3 dann nochmal Server cool ja jetzt kommst du nicht mehr drauf ne so oder kommst du den ganzen anderen machen was machen den Server wieder an geht schon wieder? ne dauert ne startet ihr neuer oder was? von selber das ist doch immer das ständige Problem der startet neu ja ok wenn er das macht dann ist ja gut nicht wirklich ja weshalb dass er ähm so den Mist macht da kann ich mich so lange beim schauen hier nimmt jetzt das internetfenster auf nein ja ja was da runter habe ich gemacht was da runter habe ich gemacht Hälfte als ich kann ja